Takt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Gesund und munter. Verdammt, ich krieg dich aufdrehen. Okay, okay, letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Fluxkompensa... ...anwalt hat keine Beweise, aber es ist so wunderbar, die... Ich komme da. Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen! Dekorieren Sie mich nicht! Du! Was? Denn dann die... ...tutsche! Ich glaube, wir haben im Moment größte Probleme. Das ist... ...und dann mal los. Bäh! Komm hinten, bevor wir versehentlich Uber wieder wählen! Ne! Nein! NOOOO! Lach, lehnt sich mit! Martin, einsteigen, diese Ze... My Star is on the Ascendant, that's why I don't care. My Star is on the Ascendant, that's why I want a flight and free flight to Nevada, otherwise Brown is young. What's going on? Emmett! Hey! Hey! Okay, ins Jahr 1986 steht nichts mehr im... Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in sieben Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufrufen. Die Ronne abstoßen? Ist es das, was du... Nur noch sammelt Die Runden Dörren Dörren Bga B fists Sors Seamus McFly? Ja? Ja! Mr. McFly! Was ist mit dir passiert? Biff! Halt! Gib deinen Tipp ab! Was? Umgehauen mit dem alten Roller! Morten McFly! Edna? Wir haben hier alles unter Kontrolle! Doch! Nein! Doc! Rüchte! Nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen! Entschuldige die Verzögerung! Verstehen! Eine Ursache! 26. August 1931. Sind Sie startklar, euer Ehren? Nenn mich, Doc! Das ist in der Tat ziemlich eklig! Wärst du wohl so freundlich? Es ist alles aus! Hey Emmett, bleib da! Dich sei verrückt und unbesonnen! Es ist mir nicht wichtig! Hier, bevor noch irgend... Geiß! Hunk! Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist... Käse in Ars! Raun! Ah! Ah! Ich bin, mein Erich! Papa! Hey! Party! Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzuh- Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Wenn sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf. Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Miss Pickford, Angst vor einer kleinen Ma- Ladies first. Ich habe mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich, ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Alles in Ordnung? Es ist die Fahrradbahn. Spring! Gut gemacht, Marty! Wie ist der Funkempfang? Super! Woher haben sie die? Aus Ferns Sammlung von Videospiel-Konsolen aus dem 21. Jahrhundert. Und denk dran, du musst nur die Flug zünden. Hat sie es uns etwa bisher leicht gemacht? Ganz hervorragend, Marty. Es deckt Zink auf die Empfangsschüssel! Jetzt! Oh, die Wände Zink auf die Musik Steht? Index zur Aufatmen, die Komponentin Ah nein! A Strik? Connect! A Strik. Marty, was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Artgütiger. Doc, sie müssen mit mir zurückkommen. Sie müssen mir helfen, wenn sie... Hier ist mein wahres Ich. Ist das nicht... Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly? Mr. McFly?